Willkommen bei PlayStation VR. Du wirst gleich eine völlig neue Gaming-Dimension erleben. Und dazu solltest du dir dieses dreiteilige Video ansehen, das dir alle nötigen Schritte erklärt. Also, lass uns auspacken und alles einrichten. Ganz oben findest du eine praktische Kurzanleitung, die dich durch den Vorgang führt. Und in der großen Schachtel findest du kleinere Schachteln. Öffne die erste davon und schon entdeckst du das Druckmaterial, die Prozessoreinheit, ein USB-Kabel, den Netzanschluss sowie Stereo-Kopfhörer. Die zweite Schachtel und die Hauptschachtel darunter enthalten die restlichen Kabel, die du zur Verbindung der Komponenten brauchst. Jetzt nimm das Netzkabel, das HDMI-Kabel und das Anschlusskabel für das VR-Headset heraus. Falls du das PlayStation-Camera-Paket hast, findest du hier auch die Kamera. Leg all diese Dinge zur Seite, denn jetzt kommt das PSVR-Headset. Du kannst es ruhig ein paar Minuten einfach nur ansehen. Wenn du fertig bist, erfährst du im nächsten Video, wie du alles zusammensetzt.